Aufgrund der aktuellen Lage durch die Corona-Pandemie und der sehr schwierigen Situation vieler Künstler, hat die Stadt Lampertheim ein Angebot für Künstler und Interessierte geschaffen. Kulturkommunal der Stadt Lampertheim präsentiert ein Projekt aus der Reihe 30 Minutes for Culture. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hingucker. Rolf, mach's kurz. Rolf, Ton, Kamera, viel Spaß Ihnen beim Hingucken und den Künstlern ein gutes Gelingen. Die seit Jahren erfolgreiche Veranstaltung Sonntags bei Anton, öffentliches Forum für freie Meinungsäußerung, ist durch Corona stark eingeschränkt worden. Deshalb hier bis auf Weiteres ein neues Format, nämlich Lampertheim im Dialog kein Geschwätz. Das heißt Philosophie von Du zu Du im echten Dialog zu allen möglichen Themen. Und zwar ohne vorherige Absprachen, sondern in kreativer, offener Gesprächsentwicklung, vor allem aber authentisch und sehr persönlich, gemäß dem alten Leitspruch, nicht Gedanken, sondern selbst Denken lernen. Und das geht am besten in der Auseinandersetzung mit anderen. Was nicht auch zuletzt erfordert, dass man sich verständlich zu machen versteht, und zwar nicht auch ohne eine gehörige Portion Humor. Und das heißt, gelegentlich auch mal über sich selbst lachen zu können. Also lassen Sie sich überraschen. Ja, schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von, sagen wir mal, Philosophie im Gespräch. Und zwar heute zu dem Thema Nachbarschaft, einem Thema, das in der Philosophie eher randständig behandelt wird. Hierzu ist kaum etwas zu finden. Ich habe deswegen heute eine erfahrene Person eingeladen. Das ist die Nadine Schönhardt. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Danke. Und sage auch gleich, wir sind bei Du, eben ausgemacht. Frau Schönhardt oder eben Nadine, ist im Bereich der Polizei tätig und hat insofern eben eine Menge persönlicher Erfahrungen im Umfeld von dem, was man unter Nachbarschaft versteht. bereits gemacht. Vielleicht wollen Sie sich selbst ein klein wenig vorstellen. Frau Schönhardt. Gerne. Also auch von mir erst mal ein herzliches Hallo und vielen, vielen Dank für die Einladung. Mit Ihnen macht es immer Spaß zu diskutieren. Gleichfalls. Danke. Ja, also ich bin ja eigentlich studierte Soziologe und Philosophin und daher auch immer philosophisch weiterhin interessiert. Aber, ja, wie Sie schon erwähnten, seit November jetzt bei der Stadtpolizei tätig und aber auch schon zwölf Jahre beim Freiwilligen Polizeidienst tätig. Das bedeutet da auch schon sehr lange Erfahrung. Ja, nach meiner Erfahrung wissen das eigentlich gar nicht so viele Leute, dass es so etwas gibt wie Freiwilligen Polizeidienst. Ist vielleicht für den einen oder anderen auch mal eine interessante Sache, sich da drum zu kümmern, vielleicht da auch ehrenamtlich mitzumachen. Da muss man sich halt erkundigen. Jetzt haben wir also heute das Thema eben der Nachbarschaft und um ein klein wenig schulmäßig vorzugehen, will ich erst mal herausstellen, um was es dabei nicht geht. Denn intuitiv ist es natürlich so, dass man bei Nachbar direkt an zwischenmenschliche Beziehungen denkt. Das heißt dann von vornherein, dass wir mehr metaphorische Verwendungen des Wortes Nachbar oder Nachbarschaft eben gar nicht mit heranziehen. Also man kann hier denken an Fälle von eben Nachbardisziplinen oder Nachbarstaaten oder so etwas oder benachbarte Stühle oder wie auch immer. Sondern es geht hier eben um menschliche Beziehungen. Aber auch im Bereich der menschlichen Beziehungen muss man mit weiteren Einschränkungen rechnen. Denn es gibt natürlich auch bekannte Bezeichnungen für andere Arten von Beziehungen. Nämlich beispielsweise die Verwandtschaft oder eben ein Bekannter oder eben Freundschaft oder eben Liebe. Sodass man sich fragen kann, wenn man das alles an die Seite rückt, was könnte man als Kennzeichen angeben eben für die spezielle Beziehungsform eben von Nachbarschaft. Und ich denke, da wäre das Kriterium der räumlichen Nähe eben einmal ausschlaggebend. Egal, ob das jetzt zeitlich eben kurzfristig ist oder eben zeitlich langfristig. Da wird man wahrscheinlich noch drauf kommen. Aber zugleich kann man natürlich weiter fragen, ob denn eben die bloße räumliche Nähe eben schon reicht, um eben den vollen Sinn von Nachbarschaft auszuschöpfen. Oder ob da nicht noch etwas hinzukommen muss. Also es ist ja vorstellbar, dass ich in räumlicher Nähe eben zu jemandem quasi als Nachbar bezeichnet werde. Sagen wir mal beispielsweise als Sitznachbar im Zug, wo ich einen Platz reserviert habe und habe keinen Einfluss darauf, wer da eben neben mir zu sitzen kommt. Und jetzt im Gedankenspiel weite ich das aus. Mit dem will ich auch gar nichts zu tun haben. Ich bin da also quasi einfach in eine räumliche Nähe hineingepfercht. Da kann man sagen, okay, das ist ein Sitznachbar. Aber von dem Beispiel her könnte man sich vielleicht klar machen, dass eben Nachbarschaft durchaus noch einen viel aufgeladeneren Sinn hat. Nämlich wenn eben so etwas wie eine soziale Komponente hinzukommt. Also irgendwie emotional, dass man irgendwie verbunden ist. Also da denkt man natürlich jetzt, sagen wir mal beispielsweise in einem Mietshaus, die Nachbarn, die da wohnen. Ja, das ist natürlich auch wieder die räumliche Nähe da. Aber zumindest war das mal so und ist vielleicht auch noch weitgehend so. Man kennt sich eben und weiß, dass man eben nebeneinander wohnt. Und das wäre dann schon so der unterste Boden, um eben von einer sozialen Komponente zu sprechen. Also man könnte sagen, gemeinsame Interessen, die da vielleicht mit eine Rolle spielen oder übereinstimmende Verhaltensnormen oder Ähnlichkeiten der sozialen Lage und des Lebensstils. Alles das wären dann zu Ausschmückungen eben dessen, was ich als soziale Komponente von Nachbarschaft begreifen würde. Es ist also eine Art von Gemeinschaft, kann man sagen. Das wäre das Soziale. Gut, soweit, denke ich, wäre das Thema also schon mal von vornherein eingegrenzt. Es geht eben um Nachbarschaft, eben als eine Form zwischenmenschlicher Beziehungen. Und die Grundunterscheidung wäre eben nur eine räumliche Nachbarschaft, ohne eben diese soziale Verbundenheit oder eben mit der sozialen Verbundenheit. Was meinen Sie dazu? Ja, also auf jeden Fall ist die Entscheidung, also diese Unterscheidung auf jeden Fall wichtig und sich jetzt zu entscheiden, was man von beidem erläutert. Weil, ganz wichtiges Beispiel, diese räumliche Distanz, die man normalerweise hat, genau die wird unterschritten, wenn man zum Beispiel in der Bahn nebeneinander sitzt. Ein Sitznachbar, gegen den kann man sich nicht wehren. Der kommt, setzt sich da hin. Und natürlich kann man sagen, vielleicht setzen sie sich da rüber, gerade in den heutigen Zeiten vielleicht. Aber normalerweise kann man nichts gegen machen. Wenn die Bahn voll ist, muss man einsehen, dass man drei Sitznachbarn in so einem Vierer hat. Das ist dann eben so. Und da ist man in seinem Schutzraum eben eingeschränkt, den jeder für sich hat. Wobei ich auch finde, dass in der Nachbarschaft, wenn man sich kennt, wenn man den Nachbarn hat, die können ja auch mal wechseln. Da kann man zum Beispiel auch nichts gegen machen. Selbst wenn man sich mit jemandem sehr gut versteht, dann kommt jemand und mit dem versteht man sich vielleicht nicht mehr so gut. Man kann ja die Lebensumstände in diesem Fall nicht verändern. Das ist der Unterschied zu den Verwandtschaften, zu Familien, die sich eben nicht verändern, die dann eben stetig bleiben. Dort muss man eben Vorlieb nehmen, letztendlich, was bei den Leuten eben so passiert. Wenn jemand heiratet und wegzieht oder Kinder mehrer bekommt, ein größeres Hausbrauch, dann bekommt man jemand anderen. Da kann sich ja so jederzeit etwas ändern, gerade bei Nachbarschaften. Ja, das denke ich auch. Also wenn Sie jetzt Familien ansprechen, da denke ich, das sind ja eigentlich Beziehungen, die eben sehr langfristig anzusehen sind. Sozusagen meine Mutter, die bleibt immer meine Mutter. Da kann ich gar nichts dagegen tun. Oder wenn ich bestimmte Geschwister habe, oder eben, wenn wir jetzt in die Richtung Verwandtschaft gehen, eben Cousins und Cousinen, dann ist das von vornherein etwas, was eben gar nicht restlos getilgt werden kann. Ich kann zwar den Kontakt unterbrechen, aber trotzdem gehören die eben zur Verwandtschaft. Aber es geht ja hier eben um die Nachbarschaft. Da kann es durchaus sein, also sagen wir mal so, vielleicht wenn wir historisch schauen, dass in früheren Zeiten die Nachbarschaft also wesentlich konstanter anzusehen war als heute. Also heute haben wir Mobilität, zum Beispiel durch den Job. Da bekommt man irgendwo anders einen Job und zieht dann irgendwo anders hin. Oder was weiß ich. Jedenfalls historisch gesehen wurde man ja beispielsweise an einem bestimmten Ort geboren, sagen wir mal Lambertheim als Beispiel. Und da gab es also keine große Mobilität. Man war also so etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft, eben zugehörig zu einem Ort. Das hat dann eben auch beispielsweise mitgebracht, dass man quasi in wahrnehmbarer Nähe gearbeitet hat. Also denken wir an die verschiedenen Handwerke in einem Ort. Schuster, Schreiner oder was denn auch immer, Bäcker, Metzger und was da alles gibt. Sprich, man hat dann eben in dem Ort gearbeitet. Alleine schon die Arbeit hat also für eine Nachbarschaft gesorgt, während eben heutzutage das immer mehr in Auflösung geraten ist. Wir denken ganz einfach an die Pendler, die, sagen wir mal, in Lambertheim wohnen und in Mannheim arbeiten. Also sozusagen diese historisch feststellbare Nähe der Nachbarschaft ist eben heutzutage auf alle Fälle mindestens vom Arbeitsort her unterbrochen. Und das hat zugleich zur Folge gehabt, dass auch so etwas auseinandergefallen ist, wie eben Arbeitszeit und Freizeit. Ja, weil eben die Arbeitszeit verbringt man an einem anderen Arbeitsort, während die Freizeit dann eben unter Umständen überwiegend an dem Wohnort stattfindet. Aber trotzdem ist eben dieser umfassende Zusammenhalt eben nicht mehr so gegeben wie früher. Also kann man doch sagen, in der Hauptsache, dass eben diese räumliche Dimension des, sagen wir mal, Naheseins, dass das vielleicht so der rote Faden ist, um eben verschiedene Phänomene der Nachbarschaft zu beachten. Auf jeden Fall. Und auch gerade, weil Sie es angesprochen haben, natürlich weicht das Ganze auch in dem Feld auf, weil man seinen Nachbarn nicht mehr unbedingt kennt. Also wenn der den ganzen Tag unterwegs ist in der Arbeitswelt und jemand anders hat die ganze Zeit Homeoffice, dann weiß der gar nicht, dass der da ist. Man kriegt natürlich ganz anders jetzt vielleicht auch die Beweglichkeit der Menschen, wo sie jetzt hingehen, wo sie nicht hingehen, mit. Oder man kennt jemanden überhaupt nicht, weil er die ganze Zeit weg ist. Und ich denke, da muss man auch unterscheiden, ländliche Gegenden von städtischen Gegenden. Ich denke, in städtischen Gegenden gibt es einen viel extremeren Wechsel und noch viel mehr Mobilität, viel mehr Aktivitäten außerhalb des Hauses. Wenn man sich hier in Lampertheim vielleicht ein idyllisches Haus da am Rand gemietet hat oder selbst gebaut hat sogar oder geerbt hat von der Familie und man schon seit Generationen hier ist und man kennt den Ort in- und auswendig und man kennt die ganze Nachbarschaft oder die Kinder kennen sich untereinander und jeder kennt jemanden. Das ist schon ein großer Unterschied. Zu einer Großstadt, wo es wirklich sehr schnelllebig ist und man vielleicht seine Nachbarn so gar nicht mehr kennt. Ja, man könnte jetzt natürlich da auch auf Vor- und Nachteile zu sprechen kommen. Sozusagen jetzt in historischen Dorfgemeinschaften war natürlich so etwas wie anonyme Einsamkeit natürlich mal schwer zu erreichen. Sozusagen man war eben bekannt mit anderen, sozusagen man kannte seine Nachbarn und man wusste auch, dass man irgendwie recht und schlecht mit denen auskommen sollte. Aber auf der anderen Seite gab es natürlich auch so etwas wie eben eine, sagen wir mal, gemeinsame Überwachung jedes Einzelnen. Also mit Anpassungsdruck. Der parkt sein Auto schon wieder entgegen der Fahrrichtung oder wie auch immer. oder alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Und das ist natürlich mit dem Beispiel, das du genannt hast, Homeoffice. Da kann man ja gut sehen, dass so etwas wie Anonymität, also ich kenne selbst eben beispielsweise Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in Mannheim, Großstadt, wo ich beispielsweise Mitbewohner dieses Hauses auf der Straße nicht einmal erkannt hätte, weil man eben ganz einfach anonym zusammen wohnt. Das ist dann also oftmals nur eben der Fall, wenn der Briefträger irgendwie nach einer fragt, ob da jemand zu Hause ist, dass man langsam mal so den Namen des Mitbewohners mitbekommt oder wie auch immer. Also da gibt es schon Veränderungen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man jetzt eben diese moderne Situation anschaut, also mit größerer Anonymität und eben nicht mehr diese massive Eingebundenheit an den Wohnort, kann man sagen, das ist mit gewissen Nachteilen verbunden, aber eben auch mit Chancen. Denn ich kann mir jetzt natürlich sozusagen meine, ich nenne das erstmal geistigen Nachbarn, die kann ich mir natürlich viel besser aussuchen. Da führe ich vielleicht eine Fernbeziehung oder habe Freunde dort und dort, die ich also auf der existenziellen Ebene schon als Nachbarn bezeichnen würde. Also es ist nicht so einfach zu sagen, dass also diese Urbanisierung, die mittlerweile eingetreten ist, dass die nur Nachteile hat gegenüber der historischen Situation. Also ich denke auch, es gibt schon die Vorteile. Man kann aus der Sache rausflüchten, wenn man jetzt in einem Mietshaus zum Beispiel sich wirklich nicht mit den Parteien versteht, eine andere Auffassung hat. Es gibt ja die typischen Streitigkeiten. Wer putzt den Flur oder wer hat da was nicht gemacht? Und wenn das halt nicht so klappt, dass man dann sagt, naja, das sind nicht meine Freunde. Ich wohne zwar neben denen, aber eigentlich muss man sich ja nicht für sich, füreinander interessieren. Das muss ja nicht sein. Aber natürlich ist es sicher früher historisch gesehen etwas Schönes gewesen, das sich alle kannten. Wirkt natürlich immer dann das Risiko, dass sich gegenseitig auch Leute, da kann man sich nicht alles erlauben. Wenn man dann irgendwas macht, was mal nicht okay ist für die Gemeinschaft, weiß es gleich jeder, spricht sich im ganzen Dorf dann rum. Und so kann man so Sachen halt entfliehen, klar. Ja gut, jetzt sind wir aber vielleicht trotzdem immer noch so, sag mal, in dem ersten intuitiven Zugang eben zu dem, wo man an Nachbarschaft denken würde. Aber wenn wir jetzt noch mal diese Spur aufnehmen, eben von Raumphänomenen, da kommt dann vielleicht doch noch viel mehr in Betracht. Ich sage jetzt einfach mal, erstens mal gibt es einen Unterschied der Worte Raum und Ort. Ja, das will ich erst mal nur so im Hintergrund lassen. Aber man kann dann zum Beispiel vom Wohnort sprechen. Ja, da scheint also Wohnen und Ort irgendwie doch näher zusammenzugehören. Natürlich kann man auch vom Wohnraum sprechen. Ja, da müsste man fragen, warum spricht man denn da eben von Wohnraum? Ich will es aber jetzt nicht so kompliziert machen, sondern ein paar andere Begriffe noch ins Spiel bringen. wo es eben immer um Raum und Ort geht, aber sozusagen in verschiedener Ausprägung. Zum Beispiel eben Zelten. So, und bei Zelten und ein bisschen Übersicht, Flüchtlingslager, Notunterkünfte oder öffentliche Räume, wie jetzt zum Beispiel ein Park oder so etwas oder die Schule oder eben Krankenhaus, Gefängnis oder was auch immer. Also es gibt dann eben für Räume und Orte, wo Menschen zusammenkommen, gibt es schon ganz schön viel unterschiedliche Ausdrücke. Deshalb vielleicht erst mal dem nachspüren, was man denn jetzt mit Zelt verbinden könnte. Vorschlag, in Deutschland ist es immer noch so, jetzt gerade vielleicht auch in der Corona-Zeit, dass der Tourismus innerhalb von Deutschland, da kommt also, sagen wir mal, das Zelten, das Campen, gehen Campingplätze, Wohnmobile und so weiter, ist ja jetzt mehr in den Blickpunkt geraten. Also Zelte, bei uns werden Zelte, das wäre jetzt die These, doch mehr oder weniger eben mit Urlaub in Verbindung gebracht. Zelte sind keine Wohnstädte. Und wenn ich das so sage, kommt ja direkt der Kontrast ins Spiel, wenn man jetzt nämlich an Flüchtlingslager denkt. Und um das jetzt mal sozusagen wirklich etwas knallhatter, also jeder von uns hat ja schon im Fernsehen Bilder gesehen von sozusagen wilden, wilden Campingplätzen Flüchtlinge, die irgendwo in Bulgarien oder was auch immer ganz notdürftig auf ihrer Fluchtwanderschaft da Notunterkünfte errichten, die Zelten dann. Aber das hat ja schließlich nichts mit Urlaub zu tun. Definitiv nicht. Und also dazu, grundsätzlich ist die Wohnung, wenn man so sagt, dieser geschützte Raum, den man sich da vorstellt. Das ist der, der auch im Grundgesetz geschützt ist. Dort ist die Wohnung auch nicht so klar begrenzt, wie man jetzt als erstes denkt. Dass man jetzt sagt, okay, hier endet, da ist die Tür, da ist die Ausgangstür. Da gehören auch Garagen möglicherweise dazu, der Garten dazu. Und wenn man eben genauso Leute betrachtet, die gerade keine Wohnung in dem Sinne haben, die kein Haus haben, wenn die zum Beispiel jetzt in ihrem Auto leben, weil sie gerade nicht anders können. Natürlich gibt es strafbare Dinge, man kann nicht einfach irgendwo zelten. Aber wenn man jetzt mit seinem Camper unterwegs ist, dann ist das das Zuhause. Dann ist es der geschützte Raum. Dann ist es wie die Wohnung. Dann wohnt man da aktuell. Ja, aber liebe Nadine, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Flüchtling bin und in einem wilden Camp sozusagen eine Plastikplane quasi über meinen Kopf schlage, da ist es nicht unbedingt so ein geschützter Raum, sondern gerade in der heutigen Zeit, hat man schon öfters gehört, ist es ein sehr kontrollierter Raum. Ja, ich kann es ja noch weiter gehen, noch weiter gehen, wenn ich im Schlauchboot sitze, auf dem Mittelmeer, und hebe mir da eine Plastikplane über den Kopf, weil es regnet. Ja, da ist es überhaupt gar kein privater Raum, sondern ich muss damit rechnen, dass also irgendwelche öffentlichen Kräfte auftreten, die mein Schlauchboot wieder zurückstoßen ins Meer oder was auch immer. Oder auch auf dem Boot. Ja, da werden also sehr wahrscheinlich eben jede Bewegung und jedes Vorhaben wird da eben von der Gemeinschaft sehr stark kontrolliert. Also kommen wir doch eigentlich zu der Unterscheidung. Es gibt so etwas wie privaten Wohnraum. Ja, und es gibt öffentliche Räume, würde ich mal sagen. Und der Unterschied ist, dass die öffentlichen Räume mehr oder weniger eben dann auch wieder von einer bestimmten Macht eben kontrolliert werden. Sodass man sagen kann, im öffentlichen Raum wohnt man eigentlich gar nicht. Da kann ich jetzt Beispiele bringen. Öffentlicher Raum, wie vorhin genannt, Schule. Da wohnt man doch nicht. Im Gefängnis wohne ich auch nicht. Das ist wieder ein kritischer Bereich, wo ich sage, na gut, man lebt da schon eine Zeit lang. Man lebt da, aber man wohnt da nicht. Weil es eben keine Privatsphäre gibt. Es war doch dein Kriterium zu sagen, ein Haus zeichnet sich dadurch aus. Da gibt es Häuser haben Türen. Also das ist ziemlich verbreitet. Und die Türe, die sind sozusagen die Grenzstation eben von draußen, wo also sozusagen eine Interaktion eben zwischen Mitgliedern einer Gemeinschaft stattfindet. Während, wenn ich jetzt mal in dem Beispiel einfach alleine wohne, mache ich die Tür zu und dann kann ich machen, was ich will. Ja, ich kann da nackig rumlaufen, wenn ich Lust habe. Da kommt ja niemand und sagt, Herr Schmidt, das geht nicht. Weil da würde ich sagen, das ist doch mal Wohnung, da kann ich doch nackig rumlaufen. Durchaus. Also von daher würde ich als Unterscheidung einbringen, im öffentlichen Raum, da herrschen also allgemein verbindliche soziale Umgangsregeln. Und der wird auch kontrolliert. Oder das geht auch bis dahin, dass ich da anonym sein kann, eben in der Masse. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, durch die Shoppingzone, Fußgängerzone gehe und da ist gerade Menschenauflauf, da kann ich also ganz anonym sein. Aber trotzdem wird da ist tendenziell natürlich im Hintergrund eben diese Überwachung und Regulierung. Da kann ich nicht einfach machen, was ich will. Während eben zu Hause so etwas wie eine Autonomie möglich ist. Ich entscheide, wem ich die Tür aufmache oder nicht in meinem Haus. Es sei denn, man hat was verbrochen. Ja, das ist klar. Da kommt natürlich der Zugriff eben wieder von dieser Allgemeinkontrolle und so weiter. Jetzt, aber um dann noch mal zurückzukommen. Also wir haben öffentliche Räume und eben private Räume. Und private Räume, das sind, denken wir zuerst mal an Wohnorte. Das könnte man auch auf das Wohnen abheben. Und dann noch mal zurückkommen auf die Unterscheidung Raum und Ort. Ja, so dass ich sagen würde, Orte, das sind Räume, in denen so etwas wie eben eine soziale Definition eine Rolle spielt. Ja, nämlich Raum ist ganz einfach das unmittelbare Physikalische nebeneinander. Überall ist was. Und eins wie das andere. Das rein physikalische, wie man es in der Geometrie macht sozusagen. Ja, das könnte ich für Raum nehmen. Während eben Wohnort, ich will das ja einfach ein bisschen aufladen, verändert sich der Raum und der wird ein Ort. Und das ist ein Ort, weil ich da wohne. Ja, so jetzt, wenn ich das noch sagen darf, jetzt hat zum Beispiel der Heidegger einen Aufsatz geschrieben über das Wohnen und das Bauen, ja. Ja, und führt also das Wohnen letztendlich auf Bauen zurück. Ja, jetzt muss man beim Bauen aber nicht eben an quasi Gebäude denken, ja, wo also, wo man Haus baut, sondern das geht eher zurück eben auf den Landwirt, den Bauer. Ja, das ist es. Ja, und das bedeutet, dass man einen Raum sozusagen in die eigene Fürsorge nimmt. Ja, dann baue ich da etwas an und da steckt sozusagen etwas von mir drin, der bedeutet mir etwas, dieser Raum. Das macht sozusagen das Wohnen aus. Und insofern ist der Mensch von Grund auf, so die These von Heidegger, ein bauendes Wesen, weil er eben nicht ganz einfach willenlos durch irgendwelche Räume getrieben wird, ja, sondern eine Beziehung dazu aufbauen kann, sozusagen sich eine Heimatschaft. Ja, würde ich auf jeden Fall bestätigen. Aber für mich ist die Unterscheidung auch ganz wichtig. Ich würde es abgrenzen. Orte sind oft festgeschrieben. Also man hat jetzt Lampertheim und es hat feste Ortsgrenzen. Also es ist alles eingetragen. Und auch ein Gebäude, ob es jetzt selbst gebaut ist, ob es eine Wohnung ist, ob es ein Haus ist, hat festgeschriebene Grenzen. Absolut. Und da ist Zentimeter manchmal entscheidend. Da prügeln sich Leute um Zentimeter, wem jetzt was, wo der Zaun hingekommt. Das haben wir ja, glaube ich, in Hüttenfeld. Da wohnt ein Teil in Baden-Württemberg und der andere in Hessen. Genau, da gibt es ja auch Landesgrenzen überall. Unser ganzer Staat ist aufgeteilt. Andere Staaten, Nachbarstaaten. Nachbarstaaten, genau. Genau, da gibt es klare Begrenzungen. Aber wie wir jetzt auch aktuell politisch wieder sehen, es gibt auch immer wieder Streitigkeiten um gewisse Streifen. Irgendwo in Europa, nicht nur, sondern auch in anderen Ländern, in der ganzen Welt, wird sich um die kleinsten Länder reingestritten. Ganz oft auch natürlich aus religiösen Gründen, wenn ein Ort eben nicht klar begrenzt ist, wo er hingehört. Aber so schafft sich ja jeder seine Räume. Und da würde ich eben die Unterscheidung sehen. Es gibt zwar festgeschriebene Grenzen und Orte, aber jeder setzt sich Räume. Wenn ich jetzt sage, ich wohne in dem Wohnort Lampertheim. Ja, also Nadine, wenn ich mal sagen darf, sagen wir mal, mir scheint da wieder die Schwierigkeit zum Tragen zu kommen, eine Normalsprache und eine, sagen wir mal, philosophisch bereinigte Sprache. Die Schwierigkeit ist ja vorhin schon aufgetreten, wo man also einen Wohnort, das Haus eben zum Beispiel, dann wieder aufteilen kann in einzelne Wohnräume. Also sozusagen, wir können Räume, oder ich kann es so sagen, ein Ort wäre für mich etwas, wenn ich einem anderen den Raum, an dem er sich aufhält, einräume. Ja, dann wird es ein Ort. Also das ist dann die philosophische Variante, wo ich dann gerne unterscheiden würde zwischen Ort und Raum, während in der Normalsprache es durcheinander geht, sozusagen. Ja, klar. Von daher könnte man vielleicht mal, ich will noch ganz kurz, vielleicht so eine kleine Phänomenologie eben von Wohnorten, sozusagen im Gefolge von Heideggers Verständnis von Bauen, ja, anbauen. Da würde ich sagen, Wohnorte, die haben sehr viel mit der eigenen Identität zu tun. Also jetzt wieder, sozusagen vielleicht akzeptabler, ich gebe echt zu, ich bin in Lombarda. Ja, und das wird sich auch wahrscheinlich nie mehr ändern. Egal, auch wenn ich um die Welt reise, trotzdem so ein bisschen, Identität habe ich ja schon mit Lambertheim. Dann das Zweite wäre, zum Wohnort gehört eine Relationalität, sprich, da gibt es auch existenziell wichtige Beziehungen zu anderen Menschen. Also das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt hier direkt in diesem Raum, quasi neben der St. Andreas Kirche bin, da haben sich eben Beziehungen aufgebaut, wer eben beispielsweise mein Nachbar Messdiener war in früheren Zeiten, der saß nicht einfach nur neben mir, sondern wir beide haben das eben zusammen erlebt, Messdiener zu sein. Also das gehört auch zur Identität, aber zu der Identität gehören nämlich auch menschliche Beziehungen, die eben an dem Wohnort entstehen und historisch natürlich auch. Also ich vermeine zwar, Hochdeutsch zu reden, aber Kenner, die sagen, das klingt doch eher wie Lombarderisch, ein Kurpfälzer Dialekteinschlag, das ist natürlich historisch gewachsen, wie man in Lombardheim spricht und das habe ich eben als kleines Kind so mitbekommen. Alles das hängt eben mit Wohnort zusammen. Und um das noch einmal deutlicher zu machen, kann man es vielleicht noch mal kontrastieren mit Nichtwohnorten. Mit Nichtwohnorten, ja. Das wäre, und jetzt nehme ich ein ganz anderes Beispiel, und zwar meine ich damit Durchreiseorte beispielsweise. Also ich kann natürlich sagen, ein Krankenhaus steht in meiner Nachbarschaft. Nachbarschaft, ja. Aber die Leute, die da drin liegen, in ihren Intensivbetten oder was auch immer, die würde ich doch niemals als meine Nachbarn bezeichnen. Ja, sondern das sind natürlich vollkommen Fremde sozusagen. Und zwar auch nicht zuletzt deswegen, wenn man jetzt an den Flughafen denkt, ja. Also wenn ich sage, ich wohne neben einem, ich habe einen Flughafen in meiner Nachbarschaft, ja, kann man sagen, dann meine ich aber nicht die einzelnen Menschen, die da drin sind, ja. Und zwar vor allen Dingen auch deswegen, weil das Durchreisende sind. Ja, die halten, die meisten, die warten da vielleicht ein, zwei Stunden, bis sie eingespeist, also ins Flugzeug dürfen. Und insofern, sagen wir mal, sind es keine Nachbarn. Also Durchreisende, würde ich sagen, sind keine Nachbarn. Oder sagen wir mal, ich gehe in Kuba, steige ich in irgendeinen Bus um, also was weiß ich, nach irgendwo hinzufahren, nach Salvador oder irgendwas, oder nach Havanna, ja. Und da sitzen da eben irgendwelche Kubaner drin. Da muss ich sagen, das sind zwar Sitznachbarn, aber echte Nachbarn sind es ja trotzdem nicht, ja. Ja, aber da kommt ja dann die zeitliche Komponente auch irgendwo ins Spiel, die soziale und zeitliche Komponente. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mein Zugbeispiel, was wir vorhin hatten, wenn ich jeden Tag, dadurch, dass ich irgendwo zu einem bestimmten Ort hinfahre, fast immer dieselben Leute am Bahnhof sehe, natürlich variieren sie ein bisschen, aber gewisse Leute sieht man dann öfter. Und ich kenne das, ich kann da aus der Erfahrung vom Studium berichten. Die Frage ist, wo ist denn dann mein Wohnort, wenn ich zwar hier wohne, aber die meiste Zeit eigentlich am Studienort verbringe. Ich wohne dann da zwar nicht, bin da nicht hingezogen, mein Wohnort ist hier, mein Wohnraum vielleicht auch, meine Zimmer und alles, was ich mache. Ich verbringe aber eine große Zeit dort und dort bildet sich dann auch eine bestimmte Gesellschaftsform. Leute dieselben, die man sieht, also auch die Leute, die man im Zug trifft. Und irgendwie würde man sie nicht so typisch, jeder würde nicht sagen, das ist mein Nachbar. Natürlich, man sagt mein Kommilitone oder jemand, der mit mir studiert oder jemand, den ich immer im Zug treffe. Niemand würde es typischerweise so sagen, aber es ist schon was wie ein Nachbar, weil man teilt sich den Zug, man teilt sich denselben Arbeitswelt vielleicht irgendwie. Man hat halt so eine bestimmte zeitliche Aufeinanderfolge, wenn man jemanden häufiger sieht. Und deswegen könnte einem so jemand vielleicht mehr ein Nachbar sein, als der, der neben einem wohnt, den man gar nie sieht. Ja, absolut. Gut, also ich will ja nicht ausschließen, dass in meiner Sprache jetzt aus Räumen Orte werden können oder eben aus sozusagen belanglosen, belanglos nahestehenden, man wartet auf den Einlass bei einem Konzert oder so was. Oder jetzt dann eben Richtung deines Beispiels. Man sieht dann eben öfters, dass ja wohl jemand genau die gleiche Fahrtstrecke zur Arbeit hat im Zug, eben nach Mainz beispielsweise. Und da kann natürlich auch eine echte Nachbarschaft draus werden. Sprich, dass man ein Gespräch anfängt oder beispielsweise, weil mir jemand sympathisch ist, ja, halte ich ihm den Platz neben mir frei, dass er sich immer neben mir setzen kann oder was auch immer. Aber der Punkt ist immer wieder, dass ich jemanden einen Raum einräume. Ja, jetzt rein auf dieser phänomenalen Ebene gesehen. Und das Nächste, was man dazu sagen könnte oder vielleicht müsste, das ist, dass es zu einer Verschränkung kommt, einer irgendwie gearteten Verschränkung. Sprich nämlich, was der andere so erlebt, ja, man unterhält sich ja, wo arbeitest du, wie ist es denn dort und so weiter und so fort. Das heißt, man tauscht die eigenen Geschichten aus. Und das bringt eben Verbundenheit mit ins Spiel. Das ist natürlich immer möglich. Wobei trotzdem hier eine kleine Einschränkung, es sehr wohl natürlich öffentliche Wohnorte, sage ich jetzt mal, gibt, ja, die also so reguliert sind, dass eine Kontaktaufnahme von vornherein ausgeschlossen ist. Ja, also die nicht inklusiv quasi angelegt sind, sondern exklusiv. Da kann man doch wieder denken, zum Beispiel Quarantänestationen im Krankenhaus. Ja, also da kann ich natürlich nicht dreimal an der Tür klopfen, darf ich, ich will da jetzt reiten, will mit dem Kontakt machen, Nachbar werden. Und das geht nicht, das ist einfach verboten. Oder was weiß denn ich, sagen wir mal, in Gefängnissen, ich kenne mich da nicht so genau aus, aber da darf man auch nicht gerade mit jedem nach Lust und Laune Kontakt aufnehmen. Ja, das ist reguliert. Da gibt es Leute, die entscheiden, ob man das darf oder eben auch nicht. Ja, also kann man doch sagen, es gibt auf alle Fälle eben sozusagen Nichtwohnorte, ja, weil die da gar nicht wohnen, die Leute, ja, die dann eben auch, sag mal, unterbinden, dass eben es zu einem Gemeins, zu einer Nachbarschaft kommt. Und zwar ist das institutionell geregelt. Das darf man, glaube ich, und das muss gar nicht mal so mit Gewalt sein. Ich bin, oder quasi fest institutionell, ich bin also schon ein paar Mal hier an den Flüchtlingshäusern da am Ring vorbeigefahren. Das sieht mir schon so abweisend aus, ja, nicht gerade so einladend wie jetzt beispielsweise im Stadtpark, wo man einfach reinlaufen kann und trifft diesen oder jenen und kann mit jedem ein Gespräch anfangen. Also sozusagen auf der Ebene eben des Wohnens, der Nachbarschaft in Bezug auf eben diese soziale Faktor, da gibt es schon Regulierungen, wo quasi äußerlich bekundet wird, mit denen sollst du jetzt mal kein Nachbar werden. Ja gut, also in dem speziellen Fall ist es ja auch nicht darauf ausgelegt, das schönste Haus da hinzustellen. Man muss ja sagen, das ist pragmatisch gebaut worden und dann lädt es natürlich nicht dazu ein, unbedingt jetzt da Gast sein zu wollen. Aber klar, die sind da natürlich sehr unter sich. Das ist aber immer ein Problem von Integration oder von Kultur, dass das immer eher unter sich bleibt, weil das Fremde ist immer erst mal anders und komisch. Und so ist es auch mit dem neuen Nachbarn oder überhaupt mit dem Sitznachbarn. Man muss natürlich ein Eis brechen. Es gibt immer diese soziale Komponente, man muss diesen Raum erstmal, man muss sich sozusagen in diesen imaginären Raum zusammenbegeben. Es müssen zwei Menschen eine Entscheidung Minimum treffen und beide das zulassen, dass man sowas kann. Also wenn der eine in den anderen auch nicht spricht, hat er ihn dazu gebracht, in diesen Raum zu treten. Ja, aber ich will das ja noch stärker. Es ist nicht einfach jetzt die, sagen wir mal, vollmächtige Entscheidung jedes Einzelnen, sondern es gibt da Regulationen. Ja, also ich versuche es nochmal mit einem anderen Beispiel. Es gab mal so eine Feminismusbewegung, ich sage es mal, Ende der 70er ungefähr. Und da habe ich erlebt, dass mir der Zutritt verweigert wurde zu manchem Kaffee oder mancher Buchhandlung. Weil das dann hieß Women Only, also sozusagen Zutritt für Männer verboten. Also das war dann zwar eine Gruppe, es waren quasi nicht die gesellschaftlichen Organisatoren, aber da ist dann sowas wie Nachbarschaft, da kann ich sagen, ich wohne neben dem Frauenbuchhandlung. Ja, aber Nachbarschaft ist da einfach nicht möglich, weil die das nicht zulassen, aus einem bestimmten. Also, es ist glaube ich ein ziemlich großer Phänomenbereich, wo man, wenn man fragt, was ist denn eigentlich Nachbarschaft, eben hineingerät. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, soweit sich das mir darstellt, würde ich unterscheiden zwischen einem Wohnort im aufgeladenen Sinne, wozu dann eben auch vom Wohnen her dieses Anbauen gehört, sprich, dass man andere letztendlich mit einbezieht oder sich selbst als einbezogen erlebt, ja, als Hausgemeinschaft oder eben als Ortszugehörigkeit, ich bin Lambada oder was denn auch immer, ja, dann haben wir das Verhältnis zwischen wohnenden Menschen und Menschen, die an einem Nichtwohnort sich aufhalten, also das waren dann die Beispiele Gefängnis, Krankenhaus, Schule oder was auch immer, ja, und dann könnte man sogar noch sagen, zwischen Menschen und Nichtnachbarn, nämlich, das wären für mich die Durchreisenden, ich meine jetzt die echt, nicht die, die jeden Tag im gleichen Zug sitzen, sondern eben die, die Touristen sozusagen, ja, ich kann mich natürlich in Ägypten auf die Pyramide stellen und hole da irgendeinen, Entschuldigung, ägyptischen Kameltreiber, den stelle ich neben mich, ja, und lasse mich da knipse, um eben quasi zu bekunden, ich war do und ich habe sogar so einen Eingeborenen gesehen, ja, aber der kriegt da eben seine, was weiß ich, drei Dollar oder irgendwas und lässt sich knipse und dann geht er wieder weg, also sozusagen, das ist eben dann kein Nachbarschaftliches, es ist nicht mal ein Nachbar, ja, sondern das sind eben so durchreisende Menschen, die man ganz kurz und deren Funktion eben darin besteht, eben auf der Reise zu sein, ja, die wollen keine Nachbarschaft oder was auch immer, ja, also so wird sich das mal mir darstellen, jetzt würde ich vielleicht mal noch die Frage stellen, was braucht man dann für eine echte Nachbarschaft, Ja, eine gute Frage und echte Nachbarschaft und ja, das ist halt auch die Frage, natürlich können Nachbarschaften sich auch auflösen, ja, das heißt, man braucht Minimum eine Zeit lang selbe Interessen oder selbe Einstellung, sage ich mal, weil wenn unser Nachbar nicht das sozusagen an seinem Grundstück so behalten würde wie ich, mit der, was ich die Straße putzen oder die Musik in gewisser Lautstärke oder nicht gerade den Rauch, wenn man grillt, rüber, wedeln in der Form, also es gibt gewisse Regeln, die Nachbarn immer zu beachten haben. Das ist jetzt im Großen, in Ländern so, ja, die sich gegenseitig irgendwelche Verträge geben, wie sie miteinander verfahren oder welchen Handel sie betreiben, aber natürlich ist es irgendwo im Kleinen auch mit seinem Nachbarn so, ja, kann man sich bei seinem Nachbarn was leihen, wenn was ist, kann man mal eine Leiter holen beim Nachbarn oder ein Eiwinterfeiertag morgen zum Beispiel, wir haben einen Feiertag dann und kann man dann mal kurz rüber gehen, wenn man was vergessen hat. Gibt es sozusagen Hilfsbereitschaft zwischen diesen Nachbarn? Das könnte man vielleicht eben unter dem Begriff der Akzeptanz verorten, dass man sagt, eben wie vorhin schon gesagt, dem anderen eben einen Lebensraum einzuräumen, aber eben nicht so, dass man das nur toleriert, sondern dass man das akzeptiert. Das ist ja ein Unterschied. Ja, also es gibt natürlich dann auch durchaus Nachbarschaftsverhältnisse, da fällt mir ein Beispiel ein, da haben in der Nachbarschaft wohl russischstämmische Deutsche gewohnt, die haben sehr gern gefeiert, sozusagen ziemlich oft, ja, und die Musik so laut gemacht, also würde ich aus meiner Befindlichkeit sagen, ich konnte nicht anders, als das zu tolerieren. Das heißt eben im Wesentlichen zu erdulden, ja, während im Unterschied dazu ist es ja, ob ich etwas akzeptiere, sozusagen, wenn das jetzt, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, eine alpenländische Folkloregruppe gewesen wäre, ja, da hätte ich halt meine Lederhosen aus dem Schrank geholt und hätte mitgetanzt. Das ist eher ein Unterschied. Da haben wir halt wieder, wie es einfach ist, wenn man dieselbe Interessen hat, dann geht das ganz schnell, ja, natürlich, und in dem Fall, wenn es eben nicht so ist, muss man gewisse Sachen dulden, aber dann hat man ja vielleicht auch andersrum was frei, mal laut und krach zu machen, weil ich denke mal, wenn man eine Geburtstagsfeier, man kann ja miteinander reden, ich finde wichtig, gerade bei Nachbarschaft, Kommunikation. Das ist jetzt egal, ob im Großen oder im Kleinen, das Wichtigste ist immer die Kommunikation und wenn man sich unterhalten kann und das eindämmen kann, in dem Fall ist es halt schwer, wenn kulturelle Unterschiede dazukommen und die dann vielleicht das gar nicht so schlimm finden, ja, dann muss man eine gewisse Form von eben dieses Achten voreinander und dem anderen auch mehr einräumen, als man eigentlich gerne akzeptieren würde, man duldet es, aber dann weiß man vielleicht, wenn man mal selber sowas machen kann, dann muss der andere, darf der auch nichts sagen, ja, das ist so ein bisschen geben und nehmen. Ja, jetzt scheint mir, also sozusagen von der Unterscheidung her, würde ich sagen, zur Nachbarschaft gehört eben das Tolerieren, aber auch die Möglichkeit des Akzeptierens, ja, aber das klingt alles ganz nett, das Hauptproblem scheint für mich eher darin zu bestehen, wie eben, sag mal, solche räumlichen Beziehungen im Grunde, wie die eben in verbindlicher Weise von der Gemeinschaft her definiert werden, also sprich, wenn ich jetzt noch mal auf Flüchtlingslager komme oder wie man die nennt, wo dann beispielsweise eben von Seiten der Staatlichkeit her entschieden wird, die Leute müssen wieder zurück, also die dürfen keine Nachbarn werden, ja, dann kann ich, dann nützt mir meine ganze Toleranz und Akzeptanz überhaupt gar nichts, ja, also da scheint mir eigentlich der Kern eben oder mindestens ein Kern eben der Frage nach Nachbarschaft zu bestehen, wie gehen wir denn als Gesellschaft eben mit Menschen um, die in unsere räumliche Nähe geraten, ja, weil da gibt es eine Deutungshoheit, ja, die eben über meine persönliche Neigung hinausgeht, ja, also vielleicht so, jetzt haben wir vielleicht noch, sag mal, ein, zwei Punkte, die wir in aller Kürze ansprechen können, jetzt haben wir ja heutzutage die sogenannte Corona-Zeit, ja, das sieht ja alles noch mal etwas spezieller aus, was würdest du dazu sagen jetzt in Bezug auf Nachbarschaft? Ja, ist natürlich eine schwere Zeit, auch gerade bei der Polizei, also bei jeder Ordnungsbehörde, die momentan auch diese Regeln beachten muss, was man sich da zum Teil natürlich anhören muss, Nachbarschaftsstreitigkeiten, die gab es schon immer, also es wurde sich schon immer über den typischen Lattenzaun irgendwie oder über den Apfel, der rüber gefallen ist oder nicht rüber gefallen ist und was wohin wächst gestritten, aber ich finde gerade die Corona-Zeit schafft natürlich viele Probleme, die es früher nicht gab oder zeigt einfach, was man eine Zeit lang nicht gesehen hat, es häuft sich. Klar, wenn man so nah aneinander wohnt und man ist auf einmal zu Hause, dann wird sich halt um den Parkplatz geprügelt, dann wird da jeder, wird angerufen, dass der irgendwie nimmt mir den weg, der parkt vor meiner Einfahrt, was man sich da rumärgern muss, was mein Chef sich alles anhören muss und man kann natürlich nicht allem nachgehen und dann muss man auch mal einem Bürger erklären, dass man nicht jedem Grashalm hinterher rennen kann, wenn jetzt natürlich fällt den Leuten viel mehr auf, wer jetzt nicht fegt und welcher Rasen noch überwächst oder welcher Baum irgendwas rüberwirft, aber es ist halt eine schwere Zeit für alle, das wissen wir, wir gehen jetzt vielleicht so langsam einem Ende oder einer Besserung entgegen, aber das zeigt nur, dass wir uns in Nachbarschaften wirklich oft auch zusammenreißen müssen oder dem anderen eben diesen Raum geben müssen und es hilft nicht, wenn man da, also ich sage immer, das Beste ist Kommunikation, weil wir können auch nicht alles schlichten und richten, wir können auch nur dort ansprechen, beide Parteien zu Einigung rufen und ich glaube, meistens ist es auch nicht so schlimm, es sind da jetzt die Gemüter, die da aufeinandertreffen und das ist dann nun mal so, da kann man sich, wenn man zusammen wohnt und man hat zwei Häuser gebaut, dann kann man nicht einfach so wegziehen, dann muss man das tatsächlich, was wir schon hatten, erdulden oder auch gewisse Sachen akzeptieren und da ist man ein bisschen auch sich ein Entgegenkommen irgendwie geschuldet gegenseitig und das ist halt manchmal schade und gerade in der Zeit, wenn halt viel auffällt, dass dann Leute sich auch in dem großen Sinne verpfeifen, wenn man so dieses Denunziantentum, wenn man das so anspricht, ich finde, das ist immer ein problematischer Begriff, weil wann war man eine Petze früher in der Schule, wenn man halt irgendwie um sein Recht vielleicht gekämpft hat, ist man dann eine Petze, macht man dann selber was falsch, ich finde es schon in Ordnung, dass Leute sich Hilfe suchen oder ansprechen uns, weil letztendlich manche Leute wollen nicht mit sich reden lassen, aber halt bitte nicht wegen jedem kleinen Sonstwas, man kann viele Sachen auch selbst regeln und erst wenn das nicht mehr klappt, dann sind wir zum Beispiel auch der Ansprechpartner. Ja, verstehe, aber das greift ja dann auch wieder in den Bereich eben Toleranz und Akzeptanz, kann man sagen, ja. Die Frage ist ja eben weiterhin dann eben insoweit offen, sozusagen eben, gerade in der heutigen Zeit gibt es eben viel mehr Bewegung in der Hinsicht, dass eben Fremde in die Nähe geraten und es dann eben so etwas braucht, wie geht man damit um. Und Toleranz, Akzeptanz ist ganz klar natürlich eine Art Herausforderung, wenn da eben so etwas wie eben eine berechtigte Nähe zustande kommt. Das Problem ist aber eben in Bezug auf Leute, die man eben gar nicht in der Nähe lassen möchte. So was, ja. Aber gerade jetzt in der Corona-Zeit, das wäre dann der letzte Punkt von meiner Seite, da kennen wir auch das Phänomen eben dieses, sagen wir mal, Homeschooling oder wie auch immer, Homeoffice, also sprich, das, was ja früher normal war, eben eine soziale Nähe mit anderen Menschen, die ist ja heute dann doch eben zu erklecklichen Teilen eben medial zustande gekommen. Deshalb meine Frage, was meinst du, kann es auch so etwas geben wie eben eine digitale Nachbarschaft? Ja, also das kann ich tatsächlich bestätigen. Das habe ich jetzt live erlebt. Ich habe ja einen Lehrgang machen müssen, jetzt auch weitgehend digital, außer die praktischen Dinge, die man eben anderen nicht anders machen kann für meine Ausbildung. Und da musste ich jetzt auch klarkommen, wochenlang die Leute nur über den Bildschirm zu sehen. Und dann entwickeln sich eben andere Dynamiken. Da schließen sich aber auch Freundschaften. Es ist ein bisschen anders, wie es halt eben früher praktisch war. Aber da kann man sich auch, man kann miteinander chatten, man kann sich austauschen und man sieht sich ja. Und dann gibt es halt andere Möglichkeiten. Da kann man vielleicht sich mal gegenseitig was rumschicken. Früher war es das Tuscheln halt mit dem Sitznachbarn und dann, oder man war sich sympathisch und hat gesagt, ach, wir sitzen uns nebeneinander. Und so kann man zwar vielleicht nicht am Bildschirm nebeneinander sein, aber man kann dort auch sich austauschen und schreiben. Dann verlagert sich das eben in das Digitale. Aber auch da zählen wieder diese sozialen Dinge und die gemeinschaftlichen Dinge, wenn man sieht, dass jemand seiner Meinung ist. Und da ist es eben nicht so, dass sich das räumlich beschränkt, dass man jetzt am meisten Kontakt mit seinem Sitznachbarn hat und vielleicht nicht tauschen kann und dann denkt, ach, den da hinten, den hätte ich besser verstanden, sondern da kann sich jeder mit jedem eben austauschen. Das ist schon ganz praktisch gewesen. Ja, genau. Ja, also ich versuche da auch noch, sagen wir mal, einen Sinn mit zu verbinden. Ich würde zum Beispiel sagen, dass eben doch die meisten verstorbenen Philosophen, die würde ich als Nachbarn bezeichnen, eben nicht als Freunde, weil sie leider ja eben nicht mehr live antworten können. Aber irgendwie so eine gewisse Nähe ist schon da und ich räume Ihnen auch Ihren Platz ein, neben mir. Da kann man halt immer wieder sprechen und kommt nichts zurück. Ja, genau. Ja, also von daher denke ich, haben wir da mal ein bisschen Erkundung betrieben in Bezug auf das, was man unter Nachbarschaft verstehen kann. Wichtig dabei ist eben aus meiner Sicht eben diese grundsätzliche Unterscheidung, will man es eben nur in einer physikalischen, räumlichen Nähe begreifen, was denn ein Nachbar ist oder eben das andere, dass da so eine Art soziale Dimension dazukommt, irgendeine Art der Beziehung. Also in der Hinsicht eben eine Nachbarschaft, dass man den anderen eben auch den Raum einräumt, den sie eben, an dem sie sich aufhalten, sozusagen, sodass das auf die Art und Weise irgendwie so eine Art gemeinsamer Raum wird. Dann darf ich mich herzlich bedanken. Gerne, ich habe mich sehr gefreut. Ja, ich mich auch. Hat Spaß gemacht, wie immer. Genau, und ein Glück, dass wir Nachbarn sind. Genau. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.